Bonjour à l'égout, merci, dass der Astrid Lolling TV um den Dokkanal guckt. Der könnte Sendung auch dauernd auf meiner Homepage www.astridlolling.lu gesehen erlaustren. Ich will an dieser Emission auf der Reunion vom Council von der Finanzministerin, von der Europäischen Union noch ECOFIN genannt, vom 5. Juni zuletzt zurückkommen. Da ging es um das sogenannte Mehrwertsteuerpaket, also im TVA. Wie er eventuell an der Presse gelesen wird, hat unser Premierminister, den Herrn Juncker, am Namen von Lützebüch für sein Veto-Recht gebraucht gemacht, um diese Reform zu blockieren. Ich weiß doch vielleicht, dass die Decisionen nach Steierfrauen nicht mehr mit Einstimmigkeit am Conseil geholfen können gehen. Der Nähne von Herrn Juncker an diesem Dossier hat ein guter Grund. An diesem TVA-Packet hat es nämlich viel gesehen, dass Unternehmen, die elektronische Services aufbinden, nicht mehr wie Bieselow an dem Land TVA bezahlen sollen, wo sie hier rechehen, mehr an den Ländern, wo sie hier Services aufbinden. Seit 2003 hat es nämlich so, dass Firmen, die aus Drittländern an die EU kommen, sich an engen von den EU-Ländern von ihrem Schwer können etablieren, und dann durch ihre steuerliche Flüchten noch kommen an TVA bezahlen, ob die Services, die sie aufbinden. Das Regelung, für die euch damals meintelang am Wirtschafts- und Währungsausschuss und am Europäischen Parlament gestritten und auch gewonnen haben, die hat dazu gefordert, dass groß an bekannten Online-Firmen wie AOL, Amazon, Skype und noch Ebay hier zählt, die zu Lützeburs aufgeschlagen haben. An zu Lützeburs TVA bezahlen, die bei Ais 15 Prozent als relativ niedrig am Vergleich zu anderen Member-Staaten von der Europäischen Union. Für das mal an Zahlen auszudrücken, denn es bedeutet, dass steuerliche Resetten für Aisland von 220 Millionen Euro pro Jahr, das mischt 1 Prozent von diesem Bruttoinlandsprodukt aus, dass die also auf die Heusch kommen und auf das Resetten, da kann Aisland natürlich nicht von Hout auf Mö verzichten. Ein anderer Grund für diesen Vierschlag aufzulehnen, eine Lesung, die es seit 2003 gibt, und auf den ich auch am Europäischen Parlament, während die Debatten haben wir am Zugherständischen Kommissarie gewonnen haben, also ein anderer Grund ist, dass der Vierschlag, so wie ein Lohm durchleicht, eigentlich nicht praktikabel ist. und so ein bürokratisches Monster feiern gibt. Es kann sich schwer vorstellen, wie Unternehmen die elektronische Services an elektronischen Kommissarie bieten, auf einmal auf 27 verschiedene Pläten bis zu 27 verschiedene TVA-Zs sollen bezahlen. Das ist nicht nur ein großes Problem für die konzernierten Unterpräsen, mit dem so regelrechtlichen Albtraum für die respektive Verwaltungen. Sie müssen das kontrollieren, aber dafür ist es nicht der Meinung, dass es richtig gut wäre, dass Herr Juncker diesen Vierschlag blockiert wird, nicht nur an mein Interesse für Lützebüch, sondern auch an mein Interesse für den Europäischen Bannemärkten, die auch nicht unnähtische Bürokratie, und damit auch nicht neue Möglichkeiten, die Lernsbesteuerung zu drücken, funktionieren soll. Das Beispiel, also ein weiterer Beweis dafür, dass es gut ist, die Stimmigkeit der Steierfrauen an der EU beizubehalten, wenn wir darüber die Idee haben müssen, für eine reine Katastrophe wie die Haare, wie wir, nach können zu verhindern. Ich meine, das ist ganz wichtig, dass wir da als Meinung so tun, auch wenn wir ein Kleinkland sind, da müssen wir aber können ein Sein-Terrain verdähten. Aber man muss sich von allem suchen, dass verschiedene Vierschläge von der Europäischen Kommission zu mehr durchgängigen und mehr Bürokratie feiern, wie wir das im Moment tun. Wir haben die Richtlinie seit 2003 für Watzelow ein paar Mal aufgehören. Nun, ich werde nächste Woche zum Stoßbüsch, da war es vom Oerstdienst bis 21. Juni die Plenärteilung vom Europäischen Parlament. Auf dem Mord der Jungs stehen heftig umstritten Berichter über die wir schon lange diskutieren, ein davon betreffend eine Proposition für ein Europäisch-Lichtlinien über die Portabilität von den betrieblichen Zusatzpensionen, wo ich auch Rapporte pur avis an der Fraerkommission sind. Die Zusatzpensionen gehen nach nicht ganz viel zu Lützebüsch, geht da aber immer mehr. Sie sollen gesetzliche Renten aus der öchste Seite ergänzen. Bei eins sind das gesetzliche Renten an der Pensionen ziemlich solide, weil ich finde, was Russisch bis 40 Jahre regelmäßig geschafft hat. An anderen Ländern, als das nicht so ist, da gibt es doch eine relativ klein Volkspension für jeden, aber dann wird solide betriebliche Zusatzrenten. von ein salarier, nach bestoder Beamten, von einem EU-Land. An anderen, wenn das, als das Problem, dass die gesetzliche Renten kann mattholen, denen ist geläst. Aber das ist nicht der Fall bei den Betriebsrenten. An anderen, Zusatzpensionen, die oft doch freiwillig von den Betriebern auch geboet gehen, und oft auch ohne, dass die salarier dafür nicht beibezüllen. Weil die Europäische Union mobilität von den Nervisch-Trabanten, von den salarier nach Hause will, soll natürlich das Problem geläst gehen, dass sie hier rechten auf Betriebsrenten, dann, wenn sie nicht mehr an dem Betrieb oder an dem Land schaffen, dass sie die rechten nicht verlieren. Über das Prinzip, dass sie in der Wurven-Renten-Aussprache aber so Betriebspensionen nicht verloren gehen dürfen, über die Prinzip im Reiserlehens. Wie aber das garantiert soll gehen, an wie viele Jahre, unter welchen Konditionen und so weiter, da scheiden sich die Geister zu Straßburg, finde ein Echtlektor, statt nachdem wir aber auch schon beide Jahre an den verschiedenen Kommissionen am Europaparlament diskutieren. Für mich geht es darum, dass wir die Portabilität, also die Rechte, garantieren. Man muss aber evitieren, dass Betriebe abhauen, überhaupt so Betriebsrenten unzubieten, weil sie mit so strikten europäischen Vorschriften nicht lieben könnten. Das ist ein Affair, als Wivre. Ich will euch dann aber auch darauf hinweisen, dass ich den 11. Juni zu Baden-Baden unter Abzeichnung von einer Fernsehsendung deelgeholen die um SVR 3 den 23. Juni für Robert Overs ausgestrahlt hat. Die Sendung der Känsefleisch hat Samstagabend von Markus Brock moderiert dass das Emission den 23. Juni also bei diesem nationalen Feierdag gewiesen geht, dass das kein Zufall als Thema von dieser Sendung Samstagabend als nämlich das kann ja Lützebücher Geschichten ausgewählt gehen. So gut über Platz für Lützebücher in Europa diskutiert, über die Integration von also vielen Immigranten über das Verhältnis zwischen den Lützebüchern und den Preisen im Zweiten Weltkrieg über den sogenannten Tanktourismus natürlich auch über den Finanzplatz und so weiter. Neben mir werden auch über das Thema zu diskutieren den Lützebüchern Deputaten Lucien Thiel den Kabarettist Cem Schuster Kessin Sylvie Bistow und der früheren RTL Präsentateur Jochen Putzenbacher die viel von er auch kennen. Ich hoffe wir fanden den 23. Juni Zeit für diese ganz interessante Sendung über Lützebüch um dritte Preis wie die Lützebücher so zu gucken und ich hoffe dass ihr gefällt auch wenn wir nicht alles suchen weil Zeit nicht groß lang genug bereit war für das zu machen ist so eine Schmerz sie führt noch Läufer bis nächste Woche ist j j j j j j